So, ein herzliches Willkommen zu einer nochmal kurzen Info-Folge dieses Podcastes und zwar möchte ich mal ganz kurz erklären, warum jetzt seit über zwei Wochen keine Folge mehr für diesen Podcast kommt. Ich will ehrlich sein, ich hatte einfach in letzter Zeit erstens mal keinen Input, was man für Folgen nehmen könnte. Zweitens mal wollte ich das eigentlich mal mit gestern machen, bis ich jetzt hatte, dass ich ehrlich gesagt niemandem Zeit hielt immer, nee, ja, okay, da kann ich nicht, dann konnte ich an dem Tag nicht, dann konnte jemand anders an dem Tag nicht. Darum war es ein bisschen komplizierter, quasi da einfach was aufzunehmen, deswegen kam jetzt nicht. Ich werde mich wahrscheinlich morgen am 21. Dezember hinsetzen und wahrscheinlich hoffentlich, wenn ich dran denke, im Livestream eine Folge aufnehmen. Da könnt ihr mir auch Input machen, aber ja, soll es auf jeden Fall am Sonntag, nächsten Sonntag, glaube ich, verspätet, soll auf jeden Fall nochmal eine Folge dann kommen. Ja, tschüssi.